Willkommen zurück in der Galaxie WB01. Wir spielen Stellaris, das Multiplayer-Event Kampf um die Galaxie WB01. Und ich, der liebe Moon, und mein lieber Freund, der Skydiver... Ja, servus. Servus, ihr Lieben. Wir moderieren das hier gerade. Und uns sind Informationen zugespielt worden, dass wir vielleicht schon bald eine Übernahme eines Reiches beobachten dürfen. Denn die Gakuma-Koalition mit dem lieben GameDude ist nicht anwesend. Und die KI spielt. Er ist nicht anwesend und die KI spielt. Finde ich ganz interessant, dass das im Spiel nicht angezeigt wird, weil mir zeigt er zuvor... Ach, hier steht auch zuvor gespielt von GameDude. Während es bei, was bei der Divine Kyrillian nebenan steht, gespielt von Mislav. Genau, da kann man dann sehen, wer tatsächlich spielt und wer nicht. Und in unseren Regeln haben wir ja festgehalten, wenn jemand entschuldigt fehlt, darf er für eine Sitzung mal von der... darf sein Reich von der KI übernommen werden. Und sein Reich ist geschützt. Er spielt aber unentschuldigt. Das heißt, er ist freigegeben zum Abschuss. Freiwillig. Im Nordwesten der Galaxie. Ich hoffe für ihn, dass ihm das klar war. Denn wir haben das extra nachgeprüft. Er hat sich nirgendwo entschuldigt. Es ist auch in so einem Fall immer ratsam, dich einfach irgendwo ins Forum zu schreiben, sondern einen der Organisatoren auch anzuschreiben. Etwas, was man sich grundsätzlich bei unseren Events merken kann. Kommunikation mit den Organisatoren ist Gold wert. Und wir haben jetzt mal näher hingeguckt und haben festgestellt, dass in seinen Hauptsystemen, also in Vermilien, im Pan und Gakomaha, überall Flotten von der Nordgalaktischen Allianz sitzen. Beziehungsweise sich dort Sachen etabliert haben. Also beispielsweise hier, der liebe Whistler hat sich hier auf einem der Planeten einquartiert. Moment, in welchem System bist du gerade? Ich, ähm, Moment, ich fange mal oben an. Gakomaha. Mhm. Da hat sich die liebe Whistler auf Gakomaha Prime einsortiert. Ich weiß gar nicht, welches, äh, Moment, jetzt bin ich gerade... The Fungi, ich sehe es hier, The Fungi Cooperative von Baneful ist, äh, sitzt hier mit in Gakomaha. Zusammen mit einer Flotte von... Ah, Planet ist besetzt von ihm. Jetzt erkenne ich das erst. Also Whistler hat, äh, Gakomaha besetzt. In Impan hat, äh, der liebe Baneful, Äh, Baggangi besetzt. Kann ich alles... Und hier unten Vermilion. Das hat auch wieder der liebe Whistler unter, äh, seiner Fuchtel. Moment, wenn er das doch unter der Fuchtel ist, dann müsste man das doch sehen können. Dann müsste es doch ihm gehören, oder liege ich jetzt hier falsch? Ja doch, man sieht das doch. Divine Karelian Republic, da steht's doch. Der Planet ist besetzt. Aber warum sieht man das nicht auf der großen Galaxie-Karte? Normalerweise wird es dann doch, äh, blau-schwarz gestreift, oder so. Du willst wissen, warum dann hier nicht gestreift ist. Ja, weil sie nur besetzt sind. Ich glaube, er hat sie noch nicht erobert. Ach, ah, ja, ja. Das stimmt, das geht erst nach Kriegsende. Genau, der Krieg ist noch nicht beendet. Das heißt, der Krieg läuft, die Planeten sind besetzt. Und sobald der Krieg einmal zu Ende ist, dann geht hier die Luzi. Dann wird aufgeteilt. Und generell in der Ecke scheint jetzt einiges abzugehen, weil das Vereinigte, die ironische Konglomerat hat eine neue Form. Denen hat irgendjemand ein System weggenommen, in dem er wahrscheinlich einen Außenposten zerstört hat. Hier war nämlich ursprünglich mal, ich glaube, in Trionde kann das gewesen sein. Genau, hier in Trionde war, äh, mal was von denen zu sehen. Jetzt haben wir da ein Konstruktionsschiff von, äh, von Steinberg. Also jetzt beginnt das, was wir uns im letzten Part so herbeigesehnt haben. Die fangen hier jetzt an aufzufolgen in einigen Ecken. Die Zerstörung von einem Militärstation oder von einem Einflussposten, das erinnert mich irgendwie an, äh, Prius und Grimm. So hat das nämlich auch angefangen. Ja, der hat auch erst, äh, Außenposten zerstört. Das muss man da aber wirklich sagen, das war ein relativ offener, geführter Konflikt. Ähm, ich würde ja zu gern mal einen Vertreter der Nordgalaktischen Allianz haben, der uns mal Rede und Antwort stehen kann, was die hier vorhaben. Den kann ich uns mal, äh, runterholen. Den... Es müssten die Leute um Wissler sein, also alle, die im selben Schett sind. Wainful...wainful Tumlu. Soll ich uns mal Tumlu holen? Der hatten wir ja letztes Mal auch schon. Ähm, frag doch einfach. Geh doch mal runter, frag, wer gerne mitkommen möchte. Für ne kleinen, für ein kleines Interview. Dann geh ich mal in die Allianz Nummer 4 und frag mal nach. Bis gleich. In der Zwischenzeit zeige ich euch schon mal hier so einen Überblick. Ihr seht generell, es hat sich einiges verschoben. Auch hier Sachaka ist jetzt anders. Hier haben wir jede Menge Kleinstkolonien. Da bildet sich also auch schon eine neue Front heraus. Ah, so sieht schon interessant aus, wenn man sich das so anguckt. Hier ist schon wieder ein Kondonisten-Schiff unterwegs. So, Tumlu ist unterwegs. Und da haben wir ihn auch. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. So, Moment, ich setze mich gerade wieder an meinen PC. Ich musste gerade das Fenster zu machen, damit jetzt nicht die Straße mit mir runter... Ja, ich habe mal so eine Frage. Was tut ihr hier gerade? Ich finde das interessant. Wir führen Krieg. Was ich ganz lustig finde, ist, dass du mich jetzt erst gefragt hast, ob er freiwillig ist. Weil es mir gerade erst aufgefallen ist, dass ich dann... Weil ich habe dann nicht... Mit dem Krieg habe ich tatsächlich nichts direkt zu tun. Äh, du bist doch weit entfernt, ja. Ja. Also wir haben ja zwei Kriege parallel gerade geführt, eigentlich. Wir hatten einmal die KI-Nation angegriffen, die ja schon quasi am letzten Abend geplant wurde. Weil wir gehofft haben, sagen wir es mal so, dass der Spieler nicht auftaucht. Stimmt, das ist mir völlig entgangen. Die ist jetzt weg. Ja. Oh, guten Morgen. In Zweiteiligkeit. Ja, genau. Das, was hier... Guck mal nach Norden, äh, Sky. Konklave der Septen und Sachaka. Diese Doppelsache hier. Das war mal vorher die KI. Genau, stimmt. Und darüber war die WW-Community. Genau. Genau, die war hier, wo jetzt die Fungi-Corporative sich ausbreitet. Ja. Beziehungsweise sind kleines Besonderes. Ja, beide nicht mehr da. Ja. Ja, die einzige KI, die, glaube ich, im Moment noch im Spiel ist, ist hier diese KI, die unter der Fuchtel der, äh, des Konklavers noch entstanden ist. Habt ihr da irgendwas vor? Ähm... War mir gar nicht bewusst, dass da überhaupt was... Die ist schon ganz, ehrlich gesagt. Ich denke mal, das wird, äh... Ist die unabhängig? Ja, das ist sie. Ja, da werden wir die wahrscheinlich einfach nebenbei erobern gleich. Das ist... Gibt keinen festen Plan, aber... Die ist unterlegen. Das sehe ich. Wenn wir da zu viel drüber rennen, hat die keine Chance. Mhm. Das ist wohl wahr sein. Das ist halt uns nur aufgefallen, aber... Dass da, äh... So ein kleines, unabhängiges Nest halt noch ist. Was man in euer... Konglomerat ja mal integrieren könnte. Was ich persönlich ja ganz interessant finde, ist, ähm... Wie dieser Krieg abgelaufen ist. Das habt ihr wahrscheinlich gar nicht so ganz mitbekommen. Da gab's nämlich tatsächlich eine kleine Absprache. Mhm. Also, wir haben Krieg erklärt, haben die Planeten gefordert, dann kam Pizzafresse zu uns und hat die Kapitulation eingereicht und gesagt, sie überlassen uns die Planeten, weil der Spieler eh nicht da ist. Ging nur leider nicht, weil der Spieler natürlich die Kapitulation annehmen muss, also die KI. Mhm. Also gucken wir, dass jetzt den Warscore hochkriegt, aber quasi ohne wirkliche Gegenwehr. Das ist... Da haben sie sich direkt ergeben, quasi. Äh, sozusagen die, die mit ihm in einer Vereinigung sind, haben zugestimmt, nicht in diesen Krieg hinein einzugreifen. Genau. Und ihr müsst jetzt allerdings den Warscore hochtreiben, damit dann wirklich die Gakuma-Koalition endlich zwischen euch aufgeteilt wird. Genau, das ist quasi... Wir hatten jetzt mit, äh... Pizzafresse, der eben so mit dem Sprecher für die Alineand gemacht hat, der uns jetzt quasi noch gesagt hat, gut, erobert meine Heimatwelt, wir übernehmen sie sowieso nicht, weil es nicht unser Kriegsziel ist. Ähm... Es ist jetzt nur für den Warscore, wir gucken halt, dass wir so wenig Schaden wie möglich anrichten, weil wenn wir es drauf anlegen würden, könnten wir auch noch Flotten versenken, aber... Das... Daran haben die natürlich gar kein Interesse. Mhm. Mhm. Ja gut, braucht ihr denn noch viel Warscore? Gerade sind wir bei 73%. Äh, ich kann gerade mal selber gucken. Mhm. Die Akzeptanz, wenn wir alles fordern, ist gerade bei minus 26. Also, ein bisschen was brauchen wir schon noch, ein bisschen Zeit noch, aber ich denke, mit der Heimatwelt sollte es ausreichen. Okay. Ich glaube, wenn du ihm alle Planeten nimmst, dann, äh, müsste er von sich aus dann sagen, okay, komm. Komm mal, ja. Der Warscore, der steigt ja, der steigt ja automatisch. Der steigt ja automatisch, wenn die Kriegsziele eingenommen sind, dann steigt der automatisch pro Monat. Das heißt, wenn sie die Planeten besetzt halten, sollte es früher oder später, ähm, passieren. Ja. Nee, weil sie haben alle Planeten der Kakuma-Koalition übernommen. Zwei hat Whistler und einer hat, ähm... Baneful. Baneful. Zwei sogar Baneful und zwei Whistler, wenn man die nördliche Kolonie noch mitnimmt. Äh, ach ja, da oben, stimmt. Die habe ich fast übersehen. Stimmt. Also zwei haben, hat sich Baneful, zwei hat sich Whistler. Also das ist schon ganz interessant. Die Verschiebungen so. Und was ist so das nächste Ziel, wenn die Kakuma-Koalition unterworfen ist? Und ihr den Kleinen hier in der Mitte auch noch ausgeräuchert habt? Ich meine, mitten zwischen euch sitzt ja dann noch so ein gewisser Pizza-Fresse. Ja, der ist auf jeden Fall auch ein Ziel. Das kann man, denke ich, sagen. Das ist ja auch, äh, jetzt kein großer Spoiler wahrscheinlich. Nee, nicht wahr. Ähm, generell, es wird wahrscheinlich mehrere Konflikte mit der Allianz geben, also mit der Nordwest-Vereinigung. Einfach, weil es sich anbietet, weil es halt so viele Grenzkonflikte gibt. Ist natürlich erstmal die Waffenruhe, das ist klar. Das heißt, ähm... Ich hab geguckt, was wir halt sonst machen könnten und mein Blick geht natürlich gegen Osten, das spielt sich einfach an. Äh, ich denk tatsächlich schon länger drüber nach, Konko anzugreifen und ich sehe gerade, ich sehe jetzt endlich seine Allianzpartner. Ja, da muss ich erstmal gucken, denn Konko, also die Kinder der Yiki, ist mir militärisch noch unterlegen momentan und es ist die Frage, wie sich seine Nachbarn schlagen, seine Nachbarn, seine Mitglieder schlagen und da unten sind sie okay. Gut, ich weiß es. Ja, ich hab's jetzt gerade entdeckt, die sind militärisch halbwegs ausgeglichen, aber ich denke, Konko sollte ein relativ leichtes Ziel werden. Also wir sind ziemlich aggressiv unterwegs momentan, was das angeht. Das heißt, wir können von euch Großes erwarten in Zukunft und die Vereinigung des Nordens endgültig. Ich mein, Gakuma... Ja, die ist geplant. Also ich kann's schon mal ankündigen, wir werden auch, oder der Plan ist, wenn dieser Krieg vorbei ist, die Föderation zu gründen direkt. Ah, die erste Föderation. Das wäre natürlich interessant. Aber es ist, es bietet sich auch an. Ich mein, wenn sie Gakuma unterworfen haben, dann ist Pizzafresse der nächste, dann der kleine Unruheherd hier im Konklave, den man dann bei der Gelegenheit direkt mit besuchen sollte. Mein Sciencechip wird gerade zerstört, das ist schlecht. Flieh, flieh! Was, was? Was passiert? Mein Sciencechip wird zerstört. Verdammt, egal. Ach so. Ich hab noch ein zweites. Alles gut. Ja, mach uns doch jetzt hier nicht rörsig hier. Also, wenn ihr dann Gakuma-Pizzafresse, den kleinen Unruheherd habt, dann habt ihr ja quasi Kontrolle über den Norden, sofern ihr euch dann noch hier die Kinder-DG-Key und eventuell anhängiges Kontrollgebiet schnappt. Also, ich kann noch so eine kleine Ankündigung machen. Bitte nicht weitersagen. Ich vermute, ich werde bald Generalfeierabend angreifen. Ja, das rechne ich. Siehst du ihn schon? Ja, ja, schon länger. Er ist halt momentan noch in keiner Allianz drin und es ist einfach ein Ziel, was sich anbietet. Ich muss gucken. Das Problem ist halt, ich hab ein Wurmloch-System. Das heißt, momentan kann ich tatsächlich keinen seiner Planeten erreichen und müsste halt etwas ausbauen dafür. Mal gucken, wie sich das irgendwie... Oder man nimmt einfach Konko, beziehungsweise seinen Planet und... Ja. Wahrscheinlich erst Konko und dann noch die anderen. Das müssen wir dann schauen. Ja, es ist halt in der Front... Also, ich sag mal, wenn ihr euch mit Konko anlegt, dann wird der Nächste, der euch hier entgegenüber steht, natürlich General sein. Ja. Das ist natürlich die goldene Frage, ob ihr nicht General natürlich noch ganz nett überreden könntet. Oder weigert ihr nicht General, eurer Allianz beizutreten? Ja, das ist eher die andere Richtung. Also, es gibt gewisse Stimmen in der Allianz, die sagen, vier Spieler und mehr nicht. Es gibt gewisse Stimmen, die haben schon bei vier Spielern mit zehn geknirscht. Gut, aber vier sind nötig, damit eine Föderation überhaupt möglich wird. Das war im Endeffekt auch der Grund, warum ich überhaupt in der Allianz drin bin, sonst wäre ich nämlich gar nicht reingekommen wahrscheinlich. Sonst hätten Baneful und Wizzler sich unter mich aufgeteilt, vermute ich mal. Oder du hättest dich mit deinem Hinterland verbündet und es hätten ganz andere Dinge gebildet. Das wäre ziemlich anders. Also, ich muss sagen, dass die Vierer-Föderationen gezwungenermaßen sind, weil es leider nicht geht, das beeinflusst das Spiel schon stark, denke ich. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich das sinnig. Also, dass eine Föderation erst ab vier Spielern möglich ist, finde ich schon sinnig. Ich glaube, ich hätte drei gemacht, aber ja, es macht Sinn. Ich denke mir, der Grund wird simpel sein. Bei zwei oder drei Spielern gehen sie halt noch davon aus, dass das Zusammenspiel und die Abstimmung wichtig ist. Denn bei Bündnissen muss ja jeder mit Kriegen einverstanden sein und so. Ich denke mir, sie haben die Grenze bei vier gesetzt, weil sie sagen, ab vier wird es schwierig, immer einen Konsens zu erreichen. Und die Föderation dient hier eher als Mittel zum Zweck, um in dieser Phase dann Möglichkeiten zur besseren Handlungsfähigkeit zu schaffen. Das klingt plausibel auf jeden Fall. Ja, aber es ist einfach so, wenn ich mir vorstelle, vier oder fünf, ich meine, es wird auch Bündnisse vielleicht mit vier oder fünf geben, aber da ist dann einfach die Entscheidungsfindung wesentlich schwieriger. Das ist wie so ein gelähmter Block und da ist natürlich eine Föderation quasi ein adäquates Mittel, um zu sagen, okay, alle fünf Jahre hat halt einer die Macht über alles und kann bestimmen, wo es lang geht, kriegsmäßig und so. Das ist natürlich ein Argument. Also man muss dazu sagen, wir hatten bislang mit Absprachen überhaupt gar kein Problem, also wir waren uns bisher ziemlich einig von den Zielen. Wir sprechen halt auch ab, von wegen, wer übernimmt die Planeten und ähnliches, wer kriegt das System etc. Da versuchen wir zumindest so ein bisschen uns abzusprechen, weil das Problem ist, dass in unserer Föderation zwei Leute aride Welten besiedeln und einer eine Wüstenwelt. Und ich glaube, Bainful ist der Einzige, der komplett rausfällt mit tropischen Welten. Das heißt, ja gut, der ist so halb, also gerade um die ariden Welten gibt es dann doch ein bisschen Streit manchmal, aber es lässt sich recht gut klären bislang. Kommunikation ist alles. Gut. Ja, das funktioniert aber auch bei uns. Ich würde sagen, dann haben wir dich jetzt genug ausgequatscht und schicken dich wieder nach oben. Dann würde ich gerade noch kurz ankündigen, haltet den Nordwesten im Auge. Also es wird viele kleinere Konflikte geben, aber ich denke, der große Feind unseres Bündnisses ist tatsächlich die Nordwest-Vereinigung. Ich habe auch schon, also ich habe das gerade noch mitbekommen, so am Rande, dass sie sich, dass sie wohl versucht, um Priors anzuwerben, weil ich gerade mit oben in dem Raum war und ich habe da noch gesagt, Feind hört mit, achtet worüber er redet. War ihm dann ziemlich egal, haben trotzdem drüber geredet. Ja, dann werden wir das mal im Auge behalten. Ja, jedenfalls. Also das wird spannend. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Tumlu. Jo, ciao. Ciao. Ich habe ihn auch jetzt ein bisschen bewusst verdrängen wollen, denn richte mal deinen Blick nach Süden. Süden? Oh, jetzt wollte ich gerade fragen, ob wir jemanden von der Nordwest-Vereinigung runterholen. Nee, 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 nee. Richte deinen Blick mal nach Süden. Ja? Guck dir das an. Guck mal, ich bin jetzt komplett im Süden. Südwesten. Guck da mal hin. Was fällt dir auf? Oh, da hat sich was reingefressen. Da hat sich mehreres reingefressen. Und zwar hat sich erstens, hat sich hier dieses Bündnis, also Kadros ist ja ein Vasall von Venatori. Genau. Und Kadros und die Koa-Hierarchie haben sich hier nach Westen gefressen und haben erst mal Jojota fast komplett unter ihre Kontrolle gebracht, weil wenn man mal näher rangeht, sieht man Rechnungsprüfung und Callcenter waren mal von Jojota-Systeme. Stimmt, stimmt. Wie man da den Namen noch erkennen kann. Ja. Und auch das neue Apexis-Reich ist hier ordentlich geschröpft worden, indem man ihnen mindestens zwei, wenn nicht sogar, ja doch hier, hier ein System weggenommen hat und bei, das hier wird auch von ihnen gewesen sein. Also hier hat sich der Vasall, der Vasall auch ordentlich noch seine Territorien gesichert. Das heißt, hier sind zwei Leute, die mit ihrer heiligen galaktischen Allianz ja nur noch zu zweit waren. Die werden hier jetzt geschröpft. Die werden jetzt zu Zielen. Ja. Aber das ist ganz interessant. Sobald ein Bündnis klein genug wird, wird es geschröpft. Ja. Ja, es ist einfach Masse. Die Masse ist halt, ja, ich will nicht sagen Masse statt Klasse. Aber wenn man, ich glaube, die sind zu viert hier in den wieselwuseligen Freunde. Die sind zu viert, wenn man den Kardos noch als Vasall mitzählt. Man sieht ja, er beteiligt sich mit an dem Krieg aktiv. Er hat auch was davon. Er hat jetzt zwei Systeme mehr. Zwei Planeten. Und er profitiert hier von seinem Vasallentum. Und übrigens, die Gakumar sind inzwischen übernommen worden. Also der Krieg ist vorbei. Die Systeme sind jetzt entsprechend zugeteilt worden. Das heißt, wir haben wieder einen Spieler verloren. Ja, das stimmt. Auch wenn er heute die KI für ihn übernahm. Aber da siehst du mal, Game Dude, was rauskommt, wenn du die KI machen lässt. Ja gut, es war jetzt... Wobei ich befürchte, er wäre so oder so untergegangen. Auch wenn es nicht die KI gewesen wäre. Weil wenn sie mächtig genug waren, gegen ihn anzukommen, dann hätten sie auch gegen seine menschliche Variante, glaube ich, eine Chance gehabt. Moment, er war ja Mitglied in der Nordwestvereinigung, ne? Ach klar, wenn er da gewesen wäre, hätten die sich ja gemeinsam mit ihm aufgelehnt. Das glaube ich schon. Das wäre dann wesentlich interessanter gewesen, als die diplomatische Annektierung, nenne ich das jetzt mal. Aber das ist schon interessant. In der ersten Sitzung verlieren wir Grimm und die Community. Jetzt verlieren wir die KI, die wir stellvertretend für einen unserer Spieler hinterlassen haben. Und die Gakumar im Süden sieht es auch danach aus, dass unsere beiden Freunde Yoyota und Player 4595 sich bald auch verabschieden könnten, wenn das so weitergeht. Und witzigerweise ist der Player 4595 auch erst seit dieser Session in dieser Allianz drinne. Wir haben ja vorhin noch gesagt, er und General Feierabend waren mit Prius so die einzigen, die noch keine Allianz beigetreten sind. Und da hatte ich jetzt mal gedacht, okay, mache ich mit Yoyota mal gemeinsame Sache und das kommt dann bald raus. Ich denke mal, die haben jetzt nur aufgehört, weil der War Store einfach zu hoch war. Man kann ja nur eine gewisse Anzahl an Planeten fordern. Und ja, jetzt erst mal zehn Jahre Waffenstillstand, das heißt in der nächsten Sitzung glaube ich nicht, dass hier die wieselwuseligen Freunde nicht weitermachen werden. Also die werden es zu Ende bringen, um den Südwesten zu kontrollieren. Ich finde das ganz interessant. Im Prinzip haben wir einen Südblock, der immer stärker wird. Wir haben einen Nordblock, der immer stärker wird. Und ob das am Ende tatsächlich ein Krieg Nord gegen Süd wird, so wie die Resolutionskriege in Amerika? Ja, so ungefähr. Also der Ostblock, der ist ja mehr pazifistisch. Der wird sich auch ruhig einfach mal voraussagen. Noch relativ ruhig halten und ja, mal gucken, wann sich die Kriege ausbreiten über den Westen und Osten. Westen, da steht ja schon fest, die Nordwestvereinigung wird sich mit Wissler und Co. auseinandersetzen müssen, mit der Nordgalaktischen Allianz. Also im Moment ist halt, also eigentlich bewahrheitet sich hier das, was ich beim letzten Mal schon so gedacht habe. Also Bündnisse sind Trumpf, das Nordbündnis setzt sich durch. Und auch hier der Osten ist, wenn man so will, der Osten ist ja geteilt. Wir haben im Osten die grauen Eminenzen. Wenn ich die Grenze zum Osten jetzt einfach mal bei Sachaka ziehe. Wenn ich also sage, alles östlich von Sachaka ist mal Osten. Dann ist das ja hier, wir haben einen General hier oben im Norden, der alleine steht. Wir haben die grauen Eminenzen, wir haben den Ostblock. Also der Osten hat eigentlich nur noch eine Chance durchzuhalten, wenn sie jetzt sagen, okay, wir vergessen unsere Streitigkeiten und bilden einen Block. Weil sonst werden sie nämlich wahrscheinlich dem Norden zum Opfer fallen. Stimmt, ja, der Süden eher nicht so, der konzentriert sich nach links. Im Süden hätten sie halt auch den Vorteil, dass sie im Süden mit dem Reich der Gizka und den Great Valley natürlich auch angreifbar sind. Aber da sind ganz andere Kriege möglich und ganz andere Möglichkeiten in die Zange zu nehmen. Mit denen können sie sich vielleicht auch eher einigen, das weiß man halt nicht. Also es ist halt schwer vorherzusagen, wie sich das hier entwickelt. Was wir halt wissen ist, der Norden versucht sich jetzt zu einen und hat das sogar geschafft. Wo? Wo? Guck mal nochmal nach Norden, wen vermisst du? Pizza Fresse ist weg. Pizza Fresse wurde gerade, während wir gequatscht haben über den Süden und über den Osten, wurde er gerade zwischen den Septen und dem Fungi Cooperative aufgeteilt. Der ist weg. Boah, Alter, wir haben hier gerade, äh, entschuldige ich die Ausdrucksweise, liebe Freunde. Aber wir haben hier gerade ein, wir haben in dieser Runde das hier verloren, äh, diese, diese, äh, KI. Wir haben hier Pizza Fresse verloren, wir haben hier Gakama verloren. Ähm, Hier unten sieht es auch schwer für unsere beiden Freunde aus der Heiligen Galaktischen Allianz aus. Ähm, ich, ich sehe, ich sehe, unsere dritte Sitzung wird sehr interessant werden. Ja. Ja, wobei die Heilige Galaktische Allianz hat noch ihre zehnjährige Galgenfrist, von der ein Jahr, glaube ich, jetzt auch schon wieder rum ist. Ähm, ja. Ja, nach neun Jahren wird wieder Krieg geführt werden, wage ich mal zu prognostizieren, und dann wird es zwei Spieler weniger geben. Naja, also ich, ich denke halt, die Heilige Galaktische Allianz wird sich entweder ergeben, oder einen sehr langen, sehr blutigen Krieg führen, der sie ausbluten wird, weil, so wie sie im Moment aufgestellt sind, habe ich schwere Zweifel, dass sie sich gegen die wieselwuseligen Freunde durchsetzen können. Und auch das Apexis-Reich kann sich nach Norden nicht unbegrenzt ausbreiten, weil da lauert Prios. Ja. Und der wird die, Prios würde die Gelegenheit, ich würde es zumindest an seiner Stelle tun, äh, Gelegenheit nutzen, einen geschwächten Feind zu übernehmen. Um seine eigenen Möglichkeiten zu vergrößern. Ja, ja. Denn Prios hat im Moment gute Chancen, wenn der Westen weiterhin so geschwächt wird, dass Prios tatsächlich die Gelegenheit nutzen könnte, entweder sich dem Westen anzuschließen, das könnte natürlich zu einer Wende führen, oder zu sagen, wisst ihr was, wenn es sowieso schon so steht, schnappe ich mir euch alle und vereinige uns unter meiner Flagge. Meinst, er vasalisiert den Westen? Ich glaube nicht, dass er es kann, aber er würde es wahrscheinlich gern tun. Meine Zweifel liegen eher darin, ob er es können, könnte. Nicht, ob er es wollte. Weil ich würde es an seiner Stelle, wenn ich es denn könnte, tun. Denn man müsste ja nichts weiter tun, als den richtigen Moment abwarten, die alteranische Union unterwerfen und dann sich eigentlich nur noch die Reste von Scarabay und Osning einverleiben, bevor die aus dem Norden anrücken und es selber tun. Ja. Ja, wenn dann ein Nordwölz-Konflikt entsteht, kommt er dann von hinten, räumt von hinten auf sozusagen. Ja, und nach Süden hin sieht es halt ähnlich aus. Ich meine, man darf nicht vergessen, diese Galaxie ist groß, für uns sieht das jetzt alles so nah beieinander aus, aber diese Strecken zu überwinden, ist natürlich nicht ohne. Es ist halt, es sind Möglichkeiten, aber ich finde halt interessant, wie der Norden sich jetzt wirklich so schnell, also ich habe nach der Ansage von Tungu echt nicht damit gerechnet, dass jetzt Gakuma und Piz... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Reich von Pizza-Fresse hieß, um ehrlich zu sein. Das ist gut. Ich muss auch dazu sagen, da ist nicht viel passiert bei Pizza-Fresse. Ja, der saß halt neben Wissler und da passierte nichts. So, und jetzt haben wir da überall Wissler und Fungi und Konklave und Sachaka. Also dieses Viererbündnis hat hier schon... Es sieht ein bisschen flickenmäßig aus, aber die haben das fest im Griff da. Auch hier, ich sehe das jetzt gerade, ich gucke jetzt gerade mal so da rein, dieses eine System. Die Apathy, die haben sie noch nicht unterworfen, aber der Einfachheit halber werden sie das vermutlich auch bald tun. Und jetzt ist es halt echt so, sie haben keine Feinde im Sektor mehr eigentlich, weil die Apathy zähle ich jetzt einfach mal nicht mit. Aber dieses Viererbündnis hat im Grunde in seinem Sektor keine Feinde mehr, nur noch die Apathy, die da mittendrin sitzen, die man in einem kleinen Zapfenstreich wegwischen kann. Denn da hat er absolut recht. Die haben zwar eine 700er-Flotte, aber für die Vereinigung dieser Vier ist das trotzdem ein Witz. Ja, das stimmt. Und, ähm... Wird es aber auch mal so ein Zwischenkrieg, wenn ich das jetzt mal, würde ich mich schon mal darüber kümmern, weil nicht, dass es in einem entscheidenden Krieg alle Flotten an der Front und dann kommt die so eine 700er, 800er-Flotte und räumt mal so ein paar Bergbaustationen weg. Das kann sehr unangenehm sein. Es wäre in den Griff zu kriegen, aber es wäre ärgerlich. Also es ist sozusagen... Ich glaube nicht, dass die Apathy eine ernsthafte Gefahr sind, aber sie wären... Sie wären lästig, wenn sie jetzt irgendwie aufbegehren. Ja. Und, ähm... Die Tatsache, dass sie halt so vereint jetzt im Norden stehen, keine inneren Konflikte mehr haben, das bedeutet natürlich nach Westen wie nach Osten, dass sie jetzt die Macht hätten, äh... sich auszubereiten. Die Frage ist halt, in welche Richtung zuerst. nach Osten wäre naheliegender, weil da Sachaka direkt an den Feind quasi grenzen würde, sofern man denn jetzt Feind sagen kann. Der Tumlo auch bestätigt, dass die Konko im Visier haben. Ja. Und ich befürchte, genau der wird auch das nächste Ziel sein, weil nach Westen ist einfach der Weg weiter. Hier hat, ähm... Bisler noch genügend Platz, seine vier Flecken erst mal auszubreiten und die als Front zu etablieren, während sie dann ja erst mal im Osten, äh... Sachaka absichern können. Denn Tumlo scheint ja doch und innerhalb dieses Bündnisses ein nicht zu unterschätzender Teil zu sein. Ja. Ja. Und wenn der natürlich Gelegenheit bekommt, nach Osten hin mit seinen Bündniskollegen noch mehr Raum und Macht aufzubauen, stärkt sie das natürlich insgesamt. Man könnte hier, wenn man jetzt Tumlo und Wissler, so die ja die östliche Front praktisch haben, die auf Bolli, äh, noch mit dazu gerechnet, ähm, könnte sich Tumlo so den Norden schnappen, also nördlich des Ostens, sag ich mal, also die Kinder der Yiki und General Feierabend und Wissler könnte sich dann so die kleinen Kolonien rechts von ihm schnappen. Ja, so könnte man sich das auch aufteilen. Oder, oder das Konklave oder die Fungi, weil Wissler hat doch recht viel Raum, schon. Wissler ist quasi die Speerspitze im Westen mit Fungi, das Konklave ist quasi das Herz. Also das Konklave stellt wirklich das Herz dieser Vereinigung. Ja. Die Kernwelten könnte man sagen. Und Sachaka und Fungi bilden so ein bisschen die Ostfront. Klar, mit so einer kleinen, mit so zwei Welten hier vom Konklave, aber die zähle ich einfach mal nicht mit. Ich bin auch mal gespannt, wie generell die Staaten im Osten und im Westen jetzt reagieren, weil beispielsweise, die Skarabee und, also Osning und Joe müssen ja inzwischen wissen, dass sowohl ihr KI als auch ihr anderer Kollege Geschichte sind. Ja. das heißt, ja, Krieg oder Kapitulation oder Prios anwerben und das wäre langsam eine wirklich gute Idee, Prios anzuwerben. Ja. Weil sonst werden sie die Front gegen Wissler und seine Kollegen schwer halten können. Das stimmt, ja. Und möglichst ein nicht-ankluss-Pakt mit den wiesel-wuseligen Freunden. Nur zur Sicherheit. Und da glaube ich aber auch nicht, dass sie Probleme haben werden, weil die wiesel-wuseligen Freunde, die etablieren sich hier im Süden so stark, dass die mehr davon hätten zu sagen, okay, wir schnappen uns jetzt die Reste von Apexis und von Yoriotta sichern diese Position dann und gehen nach Osten. Weil im Osten haben sie viel bessere Möglichkeiten. Oder natürlich, sie gehen hin und sagen, äh, Ostblock-Freunde, ihr habt hier zwei Kollegen, die ich gerade so zärtlich in der Umarmung habe, möchtet ihr mir die nicht freiwillig überlassen? Ja. Weil langsam hätte ich an Sadum und Shalondons Stelle ein bisschen Angst. Ja. Weil mit der Vereinigung der wilden Wiesel direkt vor der Nase, den Sherala auf der Ostseite und den Venatori und so weiter in der Hinter, im Hinterland, die dann aber immer noch viele Flotten durchschicken können, wird das langsam gefährlich für die zwei da unten. Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, also viel expandieren können die nicht. Die sind so eingeschränkt, die können eigentlich gar nichts mehr tun, außer Ressourcen sammeln und Schiffe pumpen. Expansion ist ausgeschlossen. Also Shalondon und Sadum sind meines Wissens nach auch seit Beginn dieser Partie nicht ein einziges Stück expandiert, ganz im Gegensatz zu ihren umgebenden Freunden. Ja. Wer im Moment viel Platz zur Expansion hat, sind natürlich, ist natürlich, auch wenn man jetzt an ihn vielleicht nicht denkt, von Stein, von Steinberg, von Steinberg, die Blumenkinder, weil die haben hier angeschmiegt an den Kern doch recht viel Platz, um sich ihr Ding zu machen noch. Das ist vielleicht auch tatsächlich eine der wenigen Ecken, wo noch viel Platz ist. Also hier, wo die Blumenkinder zwei Kolonien haben und der Raum hier zwischen Prios und den restlichen im Süden, da ist auch noch viel Raum. Aber sonst geht überall der Raum knapp. Ja. Das war auch der größte Raum am Spielstart, so der Südosten, der war quasi überhaupt nicht kolonisiert. Da war keine Startrasse da, keine Startfraktion, gar nichts. Ja, der Südosten und der Südwesten, das waren zwei große Spalten, die dann sehr schnell über, ja okay, nur nicht mal der Südwesten, nur nicht mal, weil da waren die Schirala. Also es ist, es ist, alle Lücken schließen sich halt jetzt Stück auf Stück. Und auch wenn wir jetzt natürlich nicht groß drauf geachtet haben, haben wir hier natürlich die, überall Expansionen gehabt. Also wenn ich jetzt in den Osten gucke, Butterweichblumenkinder haben expandiert, Holy John hat expandiert, das Terranische Imperium hat sich ein bisschen mehr ausgebreitet, das Stellarium Terranautica hat sich nach Norden ausgebreitet, die Sternenallianz der Fox hat jede Menge so kleinen Kram gebildet, der nach Norden ausschlägt. Delos schlägt gerade aus nach Westen, das Terranische Imperium hier. Und die, also überall haben sich auch die Kinder der Hiki, die hatten vorher eine Kolonie noch, jetzt haben sie ein zweites Herrschaftsgebiet, das in der Mitte von einer kleinen Kolonie geteilt wird. Ebenso General Feierabends, Sektor hier der Akamah so richtig schön in den Schwitzkasten. Ja, aber auch General hat hier mehrere kleine Kolonien, also er hat eine Kolonie am Rande der Kataknor, wo ich ja ganz ehrlich sagen muss, dass sie alle so nah an den Kataknor rangehen, das könnte noch übel enden. Ich will es nicht beschreien. Also ich will es auch nicht beschreien, aber wir haben hier drei Völker, die sehr nah an den Kataknor rangegangen sind. Ja, das war doch das Empire mit den, dieses Heilige, die heiligen Wächter. Das sind die Xenophoben. Ah, okay. Wir haben die, die, die Heiligen, das sind die Telenisi, die bei Krios sitzen. Ach so. Und die Netten, die Xenophilen, die einfach nur drauf aufpassen, dass man nett zu anderen Völkern ist, das sind die Tebran. Also hier sitzen drei Völker an einem Xenophoben gefallenen Reich. Wenn das, ähm, ja, also noch, noch wird es wahrscheinlich keine Auswirkungen haben, weil auch die sagen, naja, solange ihr uns in Ruhe lasst, äh, ist es uns egal, aber sobald hier durch die Ausbreitung der, ähm, Kulturgrenzen eventuell ein Konflikt entsteht, könnten die Kataknor sich entscheiden, in die Sache einzugreifen. Dann wird es lustig hier. Ja, es wird schon geknabbert, also General, Feierabend in, äh, Batrak, man sieht schon, die knabbern schon so ein bisschen am gefallenen Reich. Ja, aber noch nicht stark genug, also, also man, man kriegt kein System, man entfernt kein System. Also sobald, ähm, General jetzt hingehen würde und eins der Randsysteme wie Celnoc, Nita Tascal, El Theor, Distul, wenn er die hat, dann wird es schwierig. Aber, wie gesagt, das ist halt auch noch der Punkt, dann haben wir den Norden, der sich jetzt in dieser ganzen Partie vereinigt hat und ordentlich, also gerade die Fungi Corporative und Wissler sind ja wirklich massiv expandiert, massiv ausgebreitet, Das ist so die erfolgreichste Allianz eigentlich. Ja, die schlagen sich, ja, ich würde sagen, der Süden und der Norden, sie nehmen sich nicht viel, die haben sich beide diese, diese Partie ordentlich ausgebreitet, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Benatori auch noch die Eteri, also Kadros, unterworfen haben und zum Vasallen gemacht haben. Wer in dieser, dieser Partie erstaunlich ruhig geblieben ist, ist der äußerste Westen. Also ich meine, der Osten ist auch recht ruhig geblieben, aber der Osten hat trotzdem viel Land gewonnen. Der Westen hingegen sieht eher noch so aus, wie zu Beginn. Ja, da ist nicht allzu viel passiert. Gut, abgesehen natürlich Prius und Grimm, die kleine Fäde. große Auswirkungen. Das war ja letzte Sitzung noch, das war ich ja nicht. Also Prius hat glaube ich auch hier unten eine kleine Kolonie gebildet, also Heshtamur hat er glaube ich da beim letzten Mal noch nicht gehabt, aber abgesehen von dieser Ausbreitung und hier oben im Norden auch Skarabé, Skarabé hat sich natürlich ein bisschen ausgebreitet, das sieht man schlecht, aber das ist ein Arm von ihm hier, nach Turm. Und auch Osnig hat hier ja natürlich Sachen aufgestellt, aber wie gesagt, der Westen ist im Vergleich dazu, wie der Norden sich entwickelt hat oder der Süden sich entwickelt hat, das stand ruhig geblieben. Ja. Und der Osten ist zwar auch ruhig geblieben, aber immerhin gewachsen. Das stimmt, ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mal gespannt, weil es würde mich inzwischen nicht mehr wundern, wenn sowohl der Norden als auch der Süden sagen, so wir gehen jetzt erstmal nach Westen und sacken die ein, weil im Osten sitzen ja eh alles Pazifisten, oder zumindest sonst welche, die sich halbwegs ruhig verhalten. Und die sind natürlich, die kann man dann natürlich auch ruhigen Gewissens relativ alleine lassen noch. Das stimmt, die sind nicht so eine große Gefahr. Das heißt Gefahr. Deswegen sind wahrscheinlich auch zum Beispiel die Gizka oder die Great Valley bis jetzt in Ruhe gelassen worden, weil das alles Völker sind, die sagen, ah, ist okay, wir finden uns damit ab, dass wir hier halt sitzen. Das ist halt, sowohl die Wiesel als auch die Nordgalaktische Allianz sind eher so Bündnisse, die sagen, also am Ende möchten wir eigentlich alles für uns haben. So wie schnell wir dabei vorgehen, ist eine andere Frage, aber wir möchten eigentlich Ruhe, wir möchten alleine sein. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber offiziell haben wir jetzt die Nordgalaktische Föderation, die hat sich nämlich jetzt gebildet. Ich sehe es schon. Das heißt, wir haben die erste Föderation im Spiel, die Nordgalaktische Föderation. Hier mit den Fungi, Sachaka, Konklave der Septen und Divine Kyrillian Republic. Das heißt, unsere Freunde hier sind jetzt eine Föderation. Genau. Und du weißt, was das bedeutet. Das bedeutet, jetzt darf der jeweilige Anführer der Föderation, wer auch immer das jetzt zu Beginn ist, über die gesamte Flotte herrschen. Das heißt, es gibt keine Absprache mehr. Also es gibt schon Absprache, denke ich mir, aber einer von denen hat jetzt immer die Macht über die gesamte Flotte. Darf also Boom machen. Bestimmt. Und je nachdem, wer dieser Anführer ist, kann ich auch vorhersagen, in welche Richtung das Boom geht. Also ich glaube, wenn es Tumlu ist, dann werden die Kinder der Jiki die Luft anhalten. Kann man das irgendwo sehen, wer gerade? Frag ich dir uns. Anführer ist Föderation. Ich kann mal gerade nach. Ich sehe nur hier, wer Mitglied ist. Also wir sehen Föderation und wir sehen, sie haben jetzt den Krieg mit den Japati eröffnet, also diesem kleinen Uprising. Also sie machen das, was ich ihnen geraten habe. Das war ja auch keine große Kunst. Sie wussten ja, dass die da sind. Also kann mir Tumlu mag sich dessen nicht bewusst gewesen sein. Mindestens F-Bolli war es aber. Und jetzt marschieren sie da rein und sagen genau Flotte von Sachaka. Also jetzt marschieren sie da rein und sagen Freunde, raus. Die sind schon drin. Die sind schon am Torpedieren, am Laser Strahlisieren und an ja, das ist die gleiche Geschichte. Gehen wir mal kurz rein und gucken uns das an. Die Raumstation wird gnadenlos im Teil darauf gegrüßt. Als Abwech-Zuschauer halten wir auch in Zeit. Ich muss rauszoomen, das ist viel zu laut. Da kommen noch zwei weitere Flotte. Also jetzt unterwerfen sie sich auch das letzte Widerstandsnest in ihrer Mitte. und die goldene Frage wird halt sein, wer ist im Moment der Anführer? Man kann das leider, ich habe ja jetzt eben nachgeguckt, man kann es leider nicht sehen. Nein. Also ich tippe mal, dass der Anführer F-Bolli sein wird, weil das ja auch sein Sektor ist, dass er vielleicht die Gunst der Stunde nutzt und sagt, komm, jetzt geht es rund. Also ich gucke es mir gerade alle an, aber ich kann kein Feature sehen, das eröffnen würde, wer im Moment der Anführer ist, weil hier steht immer Mitglied, Mitglied, Mitglied. Ich gucke mal gerade, ob hier irgendwo Anführer dann steht. Aber hier steht überall Mitglied. Also es wird nicht aufgeschlüsselt, wer derzeit der Anführer dieser Föderation ist. Es spielt aber auch, glaube ich, kaum eine Rolle, weil egal, wer der Anführer sein wird, ich denke mir, sie werden trotzdem noch immer darüber kommunizieren, was sie tun. Denke ich mal. Allerdings wird der erste Angriff, also der erste Angriff nach außen wird schon, glaube ich, so ein bisschen die Tendenz zeigen, wer es sein könnte. Also wenn es halt nach Osten geht, könnte es Tumdu sein, wenn es nach Westen geht, könnte es Wissler sein. Und unsere anderen beiden Freunde, also Baneful und F. Bolli, die haben, glaube ich, Tendenzen in beide Richtungen. Das ist dann schwer vorherzusagen. Ich gucke mich gerade um, ob jetzt auf den letzten Metern noch irgendwas passiert. Ich muss auch dazu sagen, dass wir langsam, also jetzt haben wir 20 vor 9, mein Freund. Ja, ich habe auch schon mal hier im Ingame-Chat mal geschrieben, wann Ende ist. Dann ist Ende, 20.30 Uhr. Ja, wir haben ja heute noch Fußball und einige wollen da pünktlich noch hin. Ich persönlich gehöre jetzt eher zu der Fraktion, die sagt, naja, warum, aber jedem ist seine. General Feierabend schreibt 45, also wahrscheinlich 20.45 Uhr, also in zwei Minuten ist dann auch die Session hier beendet. Dann haben wir vielleicht mal so einen finalen Rundgang, also wir haben ja schon festgehalten, hier der Westen, der ist weitestgehend so ähnlich wie beim letzten Mal geblieben. Da ist halt interessant, was daraus noch wird, weil noch ist Prios unabhängig, das heißt, es wird sich zeigen. Der Süden, den haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert. Im Süden ist übrigens das Lustige, guck mal genauer hin, bei der Korah-Hierarchie, da hat sich eine Abspaltung gebildet, die Rebellen von Korah. Die Serviceberater United States. Ach, tatsächlich. Das heißt, nach einer großen Eroberung haben wir jetzt eine erste Abspaltung. Die Kolonien hier, die ehemals zu Yoyota gehören, haben aufbegehrt und eine eigene Koalition gebildet, also wieder eine KI, die hier entstanden ist. Die Serviceberater United Stars. Ja, die heißen so wegen ihrem Kernsystem. Aber das ist witzig, wie das entstanden ist. Das ist schon geil, wenn dann so ein Name entsteht, Serviceberater United Stars. Der Rest des Südens, über den haben wir ja schon mehrfach gesprochen, genauso wie über den Osten. Und den Norden haben wir ja jetzt auch oft thematisiert, wobei ich da wirklich sehe, also die Kinder der Yiki werden immer stärker General immer direkter. Ja, guck dir mal sein Akama-System an. Er kommt ja gar nicht mehr raus. Er ist umzingelt. Das ist jetzt ein Leberfleck bei den Kindern geworden. Hier im Norden wird das letzte Widerstandsnest auch ausgereichert. also man sieht schon, die nächste Sitzung wird sehr interessant werden. Ja. Weil dann tatsächlich nach viel innenpolitischem hin und her jetzt doch auch viel außenpolitisches hin und her kommen könnte. Ja. Vielleicht erleben wir ja beim nächsten Mal dann das große Zersplittern, weil wenn es hier unten schon anfängt, vielleicht werden wir auch bald erleben, wie einige der anderen Systeme unter Rebellionen zu leiden haben. Ja, das ist halt immer der Faktor, wenn du Reiche annektierst und die Bevölkerung ist einfach unzufrieden, kannst dich natürlich mit denen auseinandersetzen, aber du kannst auch sagen, hier komm, ich lass die abspalten, lass die mal machen, die sind schon keine Gefahr für uns, wie es halt hier im Süden mit den Serviceberatern passiert ist. Das finde ich immer noch witzig. Ja, es ist auch echt faszinierend, was hier passiert ist. Weil das habe ich echt nicht kommen sehen, dass die hier auf zwei Planeten Rebellionen starten. Man muss immerhin dazu sagen, sie haben halt zwei Systeme, sie haben einmal das Callcenter und einmal Rechnungsprüfung. Rechnungsprüfung hat jetzt der liebe Peterburg immerhin schon besetzt, aber die Frage wird halt sein, kann er diese Rebellion komplett widerschlagen? Ich denke schon, aber das wird zumindest die Pläne, unseren lieben Player und unseren lieben Yota einzunehmen, etwas verzögern. Na gut, da läuft ja eh noch die Friedenszeit von zehn Jahren insgesamt, die Galgenfrist, da kann man sich schon mal mit den Serviceberatern so ein bisschen ablenken und beschäftigen. Ja und im Norden, wie gesagt, die Gefahren werden größer, also man sieht es ja an Wissler, Wissler ist jetzt ein richtiges, also wenn man wirklich mal die gesamte Galaxiekarte aufmacht und das Spiel wurde ja jetzt auch angehalten, das heißt, wir beenden für heute tatsächlich auch, aber wenn ich jetzt mal wirklich rauszoome auf die Gesamtkarte, dann sind die größten Flecken, die gefallenen Reiche mal weggerechnet, aber die größten Flecken sind für mich Wissler, dann im Süden natürlich dieses ganze Konsortium, aber da besonders die Venatori, die 23, der Overlord von Kardos, also die Systeme, das ist nicht zu vernachlässigen, dass wir hier doch einige Fälle haben, die sehr groß geworden sind und die natürlich dann auch dementsprechend bestimmend sind für ihre jeweilige Region, und ich würde sagen, dieses Abschlussbild, wenn ich jetzt so auf die Galaxie gucke, das würde ich mir gerne an der Stelle tatsächlich behalten und damit für heute auch die Sitzung beenden und sagen, das ist, wie im Moment der Stand der Dinge ist, ich denke mir, man sollte gerade alles sehen können, theoretisch, und die nächste Sitzung wird auf jeden Fall sehr interessant werden in Bezug auf die Politik und auch auf die Innenpolitik, weil wer weiß, vielleicht erleben wir dann beim nächsten Mal die große Zersplitterung. Ja, das kann natürlich passieren. Weil gerade in der Echtzeit, also ich habe das ja selbst erlebt, im Sodospiel, um das nicht zu weit auszubereiten, aber selbst im Sodospiel entgeht einem schon mal, dass Planeten unterschiedliche ethische Ausrichtungen bekommen und dann schnell eine Rebellion ausbrechen kann. Ja, gerade die Individualisten. Und im Echtzeitspiel kann es natürlich sein, bei all dem Krieg, dass unseren Freunden im Norden oder im Süden oder auch im Osten oder Westen solche Zersplitterungen entgangen sind, die sich ankündigen und das könnte dann natürlich beim nächsten Mal zu großen Zersplitterungen führen. Und jedes Mal, wenn eine KI so eine Zersplitterung übernimmt, hast du ja jedes Mal jemanden, mit dem sich schwerer verhandeln lässt. Menschliche Spieler sind ein bisschen Kalkülgelenkter. Ja, stimmt, ja. Naja, deine letzten Worte? Ich habe jetzt so viel gequatscht. Also, meine letzten Worte sind, es werden Wetten angenommen. Wer wird stärker expandieren? Wer wird der größte Kriegstreiber sein? Norden oder Süden? Das ist so den Fokus, den ich drauf setze. Zweite Frage für mich ist, wem wird sich Prius anschließen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er alleine bleibt. Und auch General Feierabend sollte dann zusehen, dass er sich mit irgendjemandem gut tut. Wenn er natürlich die Hintergründe wüsste, würde das nicht Konko sein, also die grauen Eminenzen, sondern er würde sich, ich würde mich an seiner Stelle lieber mit den Blumenkindern, also den Ostblock verbinden. Da hat er eine größere Chance, noch länger am Spiel teilnehmen zu dürfen. Und ich bin auch mal gespannt, wann die Gefallenen Reich oder das Gefallene Reich hier dort oben im Nordosten vielleicht aktiv wird. Das könnte ein Spaß werden. Schauen wir mal, wie sich das nächste Woche insgesamt weiterentwickelt und ob im Süden vielleicht noch eine Föderation entsteht, nämlich die Wiesel und Muselige Freunde. Und jetzt sehen wir auch schon, die Verbindung zum Host wurde getrennt und damit sage ich nur, es werden Wetten angenommen, wer als nächstes geschluckt wird. Beim letzten Mal war es nur einer, sozusagen noch eine KI. Aber diesmal haben wir ja zwei Spieler verloren. Genau. Aber die Verluste werden vermutlich größer werden, nicht kleiner. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche, dann wieder mit Sakwa mit dabei und achtet auf euren Rücken. Genau. Bleibt strategisch und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.